Ich bin gar nicht verzweifelt, ja alles scheißt da gleich raus und die Geschichte hat sich erledigt. Verzweifelt, verzweifelt dem Arsch. Wenn er schießt, dann schießt er nicht. Nein, das ist zu behindert, das ganze Zug hat, nein. Unterm Springer schießt, da schießt er nicht, Alter. Wie soll ich denn die Scheiße machen, wenn er nicht schießt? Ja, mach deine Scheißrückerzahl, da. Super, bist. Jetzt auf einmal schießt er. Jetzt auf einmal schießt er. Und jetzt stehe ich und er kann nicht schießen. Wie soll der Scheiß funktionieren? Wie? Weil dann schrauben sich ein Lökum im Allsamer mit bei dem Scheißdings. Der Hund ist nicht fähig, dass er schießt. Ah ja. Ah ja. Alter, wo ist es mich verarschen? Ich muss die andere Tasten vorher auslassen, dass er schießt. Aber das Problem ist, bis das ich dort bin, habe ich das wieder vergessen, welche Tasten das war. Oh ja. Schluss! Jetzt ist er. Ja, ich sehe uns aber, wo ist es denn? Bist du so blöd? Na, das ist vorgegangen. Ja.